Hi, hier ist Storchi von Sportstadt Dessau-Rosslau zusammen mit Richard Selka. Wir befinden uns hier auf dem Sportplatz von Germania-Rosslau und trainieren für unseren Saisonabschluss, den ersten Sommercup 2014. Da sind auch schon 14 Teams angemeldet, aber da geht noch ein bisschen mehr. Und da bitte ich euch einfach, wenn ihr da teilnehmen möchtet, dass ihr euch meldet und euer Team noch anmeldet. Also 22.06. Nebenplatz Paul Greif zu Stadion. Und ich habe auch überlegt, eventuell für Sportstadt eine zweite Mannschaft oder eventuell eine dritte Mannschaft aufzumachen, damit der Richard auch die Gelegenheit bekommt, teilzunehmen als Auswechseltorhort. Und genau, da trainieren wir jetzt noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017